Der Markt kommt runter und erfüllt damit sozusagen die Erwartungshaltung, mehr oder weniger die Erwartungshaltung, dass die Aufwärtsbewegung so langsam aber sicher mal zu Ende sein sollte. Nicht für immer, keine Sorge, ich will jetzt hier keine Unkenrufe rausgeben, aber vorläufig zumindest mal. Wir haben es ja schon mehrmals besprochen. Es sieht einfach nicht danach aus, als ob die Marktteilnehmer wollen und das scheint sich hier vorzusetzen. Vielleicht ganz kurzer Augentest, ein Sehtest sozusagen, den ich mit euch mache. Wir hatten diese Abwärtsbewegung relativ stark. Wir hatten hier A, B, C, dreiwellig. Es war nur leicht höher als der, deshalb vielleicht auch schwer zu sehen und dann entsprechend die Fortsetzung, wenn er das Zwischentief durchstößt. Ich muss aber sagen, das ist etwas, was ich typischerweise nicht so gerne handel, denn es ist nicht die erste Welle oder nicht notwendigerweise die erste Welle. Man kann das trotzdem handeln mit Zielerwartungen irgendwo hier unten drunter, also dass es tiefer geht als das und ob es ein bisschen tiefer geht, mitteltiefer oder noch viel tiefer, das lässt sich dann natürlich nicht erkennen. Aber man sieht zumindest mal, dass aufwärts nicht die richtige Richtung ist. Und wenn er die Unterseite dann entsprechend triggert, naja, das sind dann eben genau diese Fortsetzungen, die ich immer wieder erwähne. Also wenn ihr sowas seht, solche Brüche solcher Marken sind eine Idee zumindest mal in dieser Situation mit dabei zu sein. Man muss das nicht gehandelt haben, wenn man jetzt gesagt hat, das habe ich jetzt verpasst, das war mir nicht deutlich genug. Ja, so würde ich das theoretisch auch sehen. Aber manchmal sieht man das ein bisschen deutlicher. Manchmal ist man auch wagemutig, denn was hat man großartig zu verlieren? Und dann auch hier im kleinen Chart ist das die relativ starke Abwärtsbewegung, naja, zumindest sieht die Aufwärtsbewegung, die wir da haben, nicht nach der Hauptrichtung aus. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man hat hier jetzt irgendwie so einen Trigger für die Short-Seite benutzt, der Stopp für diese Idee wäre dann hier drüber, respektive die 78er Marke, das ist ein bisschen tiefer als die. Also man hat relativ wenig Risiko bei dieser Art der Trades. Das heißt nicht, dass die dann immer gut werden, aber wenn sie gut werden, dann haben sie eine Chance, mehr einzuspielen, als dass man da verliert, weil der Stopp eben für die Idee relativ eng sein kann. Nicht, weil der nicht rausgeholt wird, sondern weil wenn der Getriggert wird, der Stopp, also wenn die Position dann quasi geschlossen wird, dann ist offensichtlich die Richtung noch nicht die richtige. Und dann ist es ja ganz gut, wenn man rausgeht, wenn der Markt dann weiter steigt. Also man muss da nicht ewig viel Luft lassen für diese Idee. Also insofern, es bleibt bei der Abwärtsseite. Das kann sich heute Nachmittag, heute Abend auch nochmal wiederholen. Ihr könnt das euch so vorstellen, wenn es im Kleinen oder im Größeren irgendwie so in der Richtung aussieht. Ich habe es euch ja jetzt mehrmals in den letzten Wochen ganz intensiv gezeigt, wie eine Korrektur typischerweise aussieht. Wenn es also hier hinten jetzt nun ein Korrekturmuster gibt, hat man die Möglichkeit, wenn man nicht schon drin ist, da entsprechend nochmal reinzukommen. Wer schon Short ist, der sollte allerdings immer mal überlegen, lieber mal den Stopp hinterherziehen. Das könnte sowas wie Supertrend, Parabolic sein. Solange der Trend läuft, sind die Dinger in der Regel ganz okay. Wenn der Trend dann gedreht wird oder zumindest mal in die Pause kommt, dann fliegt man raus. Aber dann hat man ja auch schon ein gutes Stück der Bewegung mitgenommen. Das sind so relativ einfache Methoden, nicht zwangsweise die besten. Aber ihr seht schon, in so einer Trendphase sind die tendenziell nicht so schlecht. In keiner so Trendphase ist das doof. Ihr seht hier, das war auch relativ wackelig. Das hätte man dann häufig vielleicht nicht überlebt. Also das will ich euch durchaus zeigen im Sinne von, geht nicht davon aus, dass das immer perfekt ist. Aber, komm, machen wir es nochmal einmal groß. Aber wenn der Markt einigermaßen stabil läuft, einigermaßen stabil läuft wie da oder die Abwehrseite sogar sehr stark, egal welche Richtung jetzt, das spielt dabei gar keine Rolle, dann sind solche Nachziehmechanismen sehr einfach, ohne dass man großes Know-how mitbringen muss. Im Sinne von, ja, wie viele Welle, was muss ich denn da jetzt zählen? Wir sagen dazu immer, quick and dirty, nicht viel nachdenken. Das kann man dann relativ einfach umsetzen. Soweit also die Idee aktuell. Das kann sich jetzt heute Nachmittag oder in den Abendstunden dann wiederholen. Also solange es hier möglichst wackelig in die Richtung geht, zwischen Tiefsbrüche, vorläufig nochmal in die Abwärtsrichtung, Stopp nicht vergessen, initial über diesem Hoch beispielsweise. Und wenn ihr jetzt feststellt, ja, das ist theoretisch ganz richtig, aber die Situation sah jetzt so aus, dann ist ja hier mein Entry. Der Stopp wäre hier oben, wo ist denn mein Ziel? Und das ist genau die richtige Fragestellung. Wenn ich also einen Entry habe, der sehr dicht hier an dieser Stelle ist, dann habe ich ziemlich sicher, dass wir da drunter gehen. Ja, aber das muss ich euch nicht erklären, dass ihr sagt, naja, aber das bisschen als typischen Mindest-Move, den wir hier haben. Und so viel soll ich dann auf der Stopp-Seite, das lohnt sich ja gar nicht. Völlig richtig, kein Trade. Sieht die Situation aber beispielsweise irgendwie so aus, aber so, dass man immer noch sagt, ja, das ist ganz klar korrektiv mit vielen Überschneidungen. Das können wir nochmal schöner malen, damit das noch deutlicher ist. Also irgendwie was, was vielleicht so aussieht, sodass man wirklich sagen, das ist korrektiv. Dann habt ihr hier euren Entry, hier euren Stopp, beziehungsweise wie gesagt die 78er Marke da drauf. Ich habe es ganz häufig schon erklärt, das setze ich jetzt mal voraus an der Stelle. Also ein bisschen niedriger ist das dann. Dann wäre hier der Entry, das ist jetzt der Zwischentief. Und das Mindestziel ja, dass wir da drunter nochmal gehen, typischerweise. Und dann sind wir zumindest schon mal Richtung 1 zu 1. Das heißt, wenn wir dann in diese Nähe hier kommen, bis dahin sollten wir dann zumindest schon mal ein bisschen nachgezogen haben den Stopp. Was ja zum Beispiel mit dieser Logik dann gar nicht so unrealistisch ist. Das heißt, so pauschal zu sagen, naja, immer wenn es dann wackelt, ist das auf jeden Fall ein Trade. Das kann man so einfach nicht sagen. Das sollte auch schon chancenrisikomäßig passen. Also ihr seht, es sind durchaus mehrere Komponenten, die da zusammenspielen sollten. Je besser sie zusammenspielen, desto sinnvoller ist der Trade. Denn ihr müsst ja immer damit rechnen, dass das nicht immer so aufgeht. Und dementsprechend könnt ihr nicht sagen, ja, das ist genau so und damit kann ich 1 zu 1 ganz sicher rechnen. Sondern, dass ihr sagen könnt, typischerweise ist das so. Habe ich genügend Vorteil, hier diesen Trade umzusetzen, dann mache ich ihn eben auch. So weiter Nasdaq. Das ist eine relativ einfache Geschichte, falls ich hier völlig falsch liege. Also es ist jetzt keine Ankündigung, dass er das macht. Das weiß ich ja auch nicht. Was ich aber sagen kann ist, wenn er das macht, ist es ein Short. Umgekehrt, wenn er stattdessen das hier macht und umgekehrt hier die Korrektur macht, naja, dann mache ich das gleiche Spielchen halt auf der Long-Seite. Ihr seht, ich bin da mal relativ neutral. Viele sagen immer, ja, du musst dich doch entscheiden, ob Long oder Short. Nein, muss ich eben nicht. Als Händler bin ich an dem Produkt nicht interessiert. Als Händler bin ich an Preisdifferenzen interessiert. Günstig einkaufen, teurer verkaufen. Ob das rote Kleid der Dame oder dem Herrn steht, das muss dann jeder selber ausprobieren und selber gucken. Das ist mir völlig wurscht. Also ich mache dem Markt keine Vorgaben, ob es hoch oder runter geht. Das müssen die Marktteilnehmer selber ausmachen. Aber ich sehe ja, ob sie sagen, das sieht doch ganz toll aus. Dann können die sagen, okay, da mache ich mit, weil ich weiß, das kriege ich hier gleich los. Also höher oder vielleicht sogar noch höher, dann entsprechend wieder los. Also das heißt, ich gehe mal unvoreingenommen da rein. Viele sagen immer, ja, aber du musst doch vorher. Nein, das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, den man macht, dass ich eine Entscheidung fällen muss. Wie soll ich denn eine Entscheidung fällen, was die Marktteilnehmer da draußen machen? Die Marktteilnehmer müssen die Entscheidung selber fällen. Ich kann nur sagen, ah, okay, das wollen die Marktteilnehmer. Dann machen wir da halt auch mit. Ja, also das heißt, weniger wahrsagerische Kräfte als vielmehr zu sagen, naja, wenn ihr das wollt, machen wir halt da auch mit. So, gucken wir mal, was die anderen so wollen. S&P, das grundsätzliche Bild ist das gleiche. Hier war das mit dem Entry Trigger nicht so deutlich. Deshalb, wenn es man vielleicht noch beim Nasdaq, hätte man es noch handeln können. Hier fand ich es jetzt weniger deutlich. Hier, ich glaube, das Überschießen. Ich habe es jetzt nicht genau gemessen, ob er hier wirklich überschossen hatte. Bin ich mir nicht ganz sicher. Die Quintessenz, die sich hier aber jetzt ableiten lässt, ist die gleiche. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier den starken Anstieg nach oben macht, wackelig runter, dann wären das eben Käufe. Wenn er nur wackelig nach oben kommt, the once more so ungefähr nochmal, dann eben nochmal gegebenenfalls die Short-Seite. Aber denkt immer an diese Chance-Risiko-Verhältnisse. Das ist wichtig, denn wir liegen ja nun mal nicht immer richtig. Und dann sollte es dann so sein, dass es statistisch gesehen immer noch ausreicht für einen Gewinn. Beim Dow Jones ist das nicht grundsätzlich anders. Allerdings fällt auch eins auf, dass die Abwärtsseite insgesamt, ist das ein schöner Impuls, wo man sagen würde, das sieht impulsmäßig aus. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass wir ja hier in dieser Abwärts, also von da bis da als abwärts. Da machen wir uns sicherlich keine Feinde, wenn wir das sagen. Aber wir hatten hier eine Gegenbewegung, wir hatten hier eine Gegenbewegung, wir hatten hier eine große Gegenbewegung. So sieht typischerweise eine Impulsbewegung nicht aus. Typischerweise würde man sagen, die müsste ähnlich große Korrekturen haben, die voneinander entfernt sind und dazwischen starke Bewegung. Also hier vorne relativ stark, idealerweise hier in der Mitte auf jeden Fall stark, da hinten haben wir hier aber nicht. Also entweder muss es noch ein gutes Stück fallen oder es ist nur korrektiv. Das heißt, wenn wir hier drüber gehen, dann sind wir doch wieder auf der Longseite. Vielleicht sogar, wenn wir hier drüber gehen. Das wäre schon mal so ein erster Ansatz, vielleicht doch auf die Longseite. Ich würde auf jeden Fall zusätzlich darauf achten, ob da die Aufwärtsbewegung stark ist und abwärts schwach und würde das dann als Trade machen. Und nicht einfach, wenn er jetzt irgendwie da so hoch eiert und dann hier drüber geht, an der Stelle schon kaufen. Denn dann wäre das korrektiv an einer Stelle, wo ich sage, ja nee, das soll es ja eben nicht sein. Korrektiv ist doch immer die falsche Richtung. Also wenn ich dann sowas hier kriege, dann fange ich nicht an, hier über die Käufe nachzudenken. Das ist anders, wenn wir irgendwo eine starke Richtung haben. Also eine möglichst einhellige oder einwellige kann man genauer sagen. Oder von mir aus auch fünffällig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da kann man es ganz gut erkennen. Manchmal sieht man es nicht so deutlich. Hier vorne war es auch ein Fünffäller. Das hatte ich damals aber schon erklärt. Also je stärker und weniger korrigiert und je weniger Überschneidungen in ähnlichen Ausmaßen es gibt, desto besser ist die Aussage für die Richtung. Also insofern, vielleicht ist das die falsche im Übergeordneten. Jetzt allerdings schon zu kaufen? Nein, auf keinen Fall. Das hier, vielleicht sogar erst das hier erstmal abwarten. Ich bin mir fast lieber, er geht nochmal ein bisschen tiefer. Warum wünsche ich mir das? Nicht aus Boshaftigkeit, aber je mehr wir uns dieser Zone hier nähern, die ich ja mehrmals jetzt schon erklärt habe, je mehr wir uns nähern, desto mehr sind die Bullen, die sagen, wir brauchen mal einen ordentlichen richtigen Rücksetzer, damit der Markt erholt ist und dann wieder weiter steigen kann, desto mehr sind auch im großen Bild bereit, dann wieder mitzumachen. Also ich bin durchaus nicht dagegen, dass der Markt runter geht, auch wenn das jetzt bedeutet, dass einige unserer Long-Positionen schon geschlossen sind oder geschlossen werden jetzt, wenn der Kurs natürlich weiter runter geht. Aber genau dafür hat man ja einen Stopp. Denkt immer an diese Logik hier zum Beispiel in irgendeiner Form, hier irgendeinen Nachziehmechanismus. Da müsst ihr jetzt euch entscheiden, ob ihr lieber engere oder weitere habt. Aber das hatte ich in der letzten Woche so häufig erklärt, wenn ihr diese Videos regelmäßig schaut, dann wisst ihr das. Und wenn ihr da sagt, da hätte ich noch mehr Infos gerne dazu, dann schaut sie euch auch zukünftig an und erkläre ich das auch mal wieder en Detail. Heute mache ich das jetzt nicht nochmal. So, und gucken wir uns den DAX an. Der DAX ist ebenfalls eigentlich gerne in der Erwartungshaltung, dass jetzt endlich mal so ein Rücksetzer kommt. Das ist so ähnlich wie beim Dow Jones. Allerdings muss man auch klar dazu sagen, schaut euch mal diese Abwärtsbewegung an und dann überlegt mal, wie überzeugt die Marktteilnehmer hier auf der Abwärtsseite sind. Gar nicht so sehr. Das ist ein typisches Korrektivverhalten. Das heißt, viel mehr noch als beim Dow Jones und bei den anderen amerikanischen Märkten würde ich die Abwärtsseite hier ganz klar als Korrektiv identifizieren. Das heißt, als nicht die Hauptrichtung. Das heißt nicht, dass der Markt noch ein bisschen nach unten geht. Ja, das kann ja durchaus sein. Aber es sieht nicht nach einer starken Richtung aktuell zumindest mal aus. Das lässt hoffen, dass wenn der Markt irgendwo wieder mal stark in eine Richtung geht, wackele ich in die Richtung, dass das dann echte Einstiege für die Longseite sind. Im Moment sehe ich die nicht. Der Markt fällt ja noch hier. Ihr seht das. Also insofern jetzt zu kaufen, halte ich für überhaupt nicht sinnvoll und zielführend. Natürlich kann der an der Stelle drehen, aber das ist aus der Luft gegriffen. Dann kann ich auch andere Wahrsagungen machen und dann sagen, siehst du, hat geklappt. Nee, das ist natürlich nicht zielführend. Also jetzt hier blindlings irgendwie was zu machen, das wäre mir zu vage. Aber wenn die Marktteilnehmer hier anfangen, wieder massiv zu kaufen und dann wackele ich so in diesen mittleren Bereich, das ist immer wichtig, in den mittleren Bereich reingehen, dann wären das mögliche Käufe auf der Oberseite, wenn dann der Bruch hier entsprechend passiert. Also insofern aktuell nicht so gute Nachrichten, also keine mega schlechten Nachrichten. Ich hatte es ja im Großen erwähnt. Ein Rücksetzer wäre gar nicht schlimm, auch für die Bullen nicht schlimm, auch für die Langzeit Bullen gar nicht so dramatisch. Denn es sind viele, die noch an der Seitenhauslinie sind, die sagen, irgendwie gefällt mir das nicht. Und um die ins Boot zu holen, dafür bräuchten wir jetzt eigentlich einen Rücksetzer, auch gerne in diesen mittleren Bereich, hier irgendwo hier in diese Zone mitten rein. Ich habe sie ganz häufig schon gezeichnet, deshalb heute nicht nochmal. Aber irgendwo in diese mittlere Zone rein und je korrektiver die aussieht, wenn das nach oben gebrochen wird, desto mehr Marktteilnehmer sagen, ach wisst ihr was, da machen wir halt jetzt auch mit. Und wenn die alle auch in den Markt reinströmen sollten, ist noch keine Ankündigung, aber wenn sie das dann tun, wenn diese Bewegungsabläufe so ungefähr aussehen, werden sich viele dazu entweder motiviert oder verpflichtet fühlen, da mitzumachen, dann hat der Markt eine Menge, Menge Power nach oben. Im Moment sehe ich es aktuell noch nicht. Und selbst wenn der Markt noch ein bisschen weiter nach oben geht, eigentlich kann man sich das kaum wünschen. Denn diese Ermüdungskorrektur zwischendurch, die kommt sowieso, dann soll er sie doch jetzt machen, wo wir doch sowieso schon so rumeiern, dann soll er doch jetzt noch mal ein bisschen runtergehen. Dann können wir danach tiefenentspannt auf die Longseite dann mit rauf gehen, wenn er A, das Korrektiv nach unten macht und B, natürlich dann auf dem Zwischenhochstand triggert. So, das ist aber eine andere Geschichte, soll ein andermal erzählt werden. Für heute allerdings würde ich im Moment zumindest mal die Abwärtsseite weiterhin als die Richtige sehen, aber ihr kennt mich, ich gehe natürlich nicht auf diesem Niveau hier jetzt Short. Bin ja nicht verrückt. Wenn ich Short gehe, dann wenn er wackelig nach oben kommt und mir entsprechend Trigger für die Abwärtsseite gibt. So ähnlich wie ich das eben beim Nasdaq gezeigt habe, da hat mir das Bild sogar noch mit Abstand am besten gefallen. Also beim DAX ziemlich wahrscheinlich nicht. Nasdaq, S&P, die sind da glaube ich eher meine Favoriten für heute Nachmittag, denn die hatten zuletzt zumindest mal die schönste und deutlichste Bewegung. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis bald. Ciao, ciao.